Gegen 16.25 Uhr beabsichtigte ein 38-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Sattelzug mit Gülleauflieger von der K29 aus Richtung Schwanenberg kommend nach rechts in einen Feldweg abzubiegen. Dabei rutschte der Sattelzug aus bislang noch ungeklärter Ursache eine kleine Böschung herunter und kippte auf die Seite. Der Fahrer musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen werden und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem RTW zum Krankenhaus Erkelenz gebracht. Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauerten bis circa 20.30 Uhr. Die K29 musste hierfür zeitweise voll gesperrt werden. Ausgelaufener Dieselkraftstoff sowie andere Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr der Löschgruppen Matzerat und Granterat gesichert.